Das sieht aus, wie du mit dem Rasenmäher übers Feld pflügst. Kommt es mir vor, du? Okay, jetzt habe ich es ruiniert auch noch. Ah, quer durch die Rabatte. Und ich bin verletzt. Hm, super. Siehst du, du wolltest ja unbedingt das Quad nehmen. Das Quad ist wesentlich sicherer. Ja, weil das ja so kompliziert hier. Ja, das sieht aus. Steuern, ja. Das ist ein Drecksding hier. Das ist kaputt. Oh, herrlich. Wieso ist deine Hupe lauter als meine? Das gibt es so nicht. Dein Fast, sie verwirrt mich etwas, muss ich zugeben. Mich auch, bevor wir dich hier unten drücken. Kurz vor dem Ziel, wenn wir eh vom Granatwerfer getroffen. Boah, da denkst du, du fährst so eine Mission eine halbe Stunde? Ja, weil du immer links und rechts zigzag fährst. Da wirst du gleich erschossen. Deswegen brauchen wir so lange. Du solltest mir gerade ausfahren. Das würde wenigstens nicht schneller gehen. Ja, würde ich auch gerne. Kirche. Wollen wir die Kollekte klauen? Das Gold der Kirche. Nicht abstürzen, sonst geht ich zuvor. Du fährst in meinem Auto davon. Das war meins. Wer sitzt denn da auf dem Beifahrer? Ich nicht. Da ist eine Leiche neben dir. Ja, das sehe ich auch. Das bist du. Vom Disconnect. Steig hinten ein. Kann ich den nicht plündern, den Typen? Du musst den irgendwie rauskriegen. Oh, super. Oh, jetzt bin ich. Ich habe die Leiche replaced. Da hast du sie ausgetrackt. Shit. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay. Können wir jetzt zur Base? Wir sollten das tun. Ein paar hundert Meter nur. Okay, das ist mein zweites, drittes Mal auf Altesa. Aber ich habe nicht viel erforscht, weil die Frames so schlecht waren bis jetzt bei Wasteland. Samatra hat wieder was geupdatet. Ich habe einmal so einen kleinen Rundflug gemacht über die Insel bisher. Die recht groß ist, auf jeden Fall. Ja. Desync. Oh, das sind deine Fahrkünste. Ich bin nicht sicher. Ich sage mal ganz spontan, Desync. Ganz klar. Okay, jetzt sitze ich mal drinnen. Das ist viel schöner. Sollten wir vielleicht vorher aussteigen, oder? Ja, das möchte ich. Das ist sehr offen hier. MPC ist so. Stimmt, hat sich was mit Deckung. Hier ist gar nichts mit Deckung. Ich glaube, ich lasse es bei der kleinen Hütte da vorne raus. Können wir uns wenigstens erstmal umgucken. Go, go, go. Ich sehe noch keiner. Was zu essen wäre doch nicht schlecht zu sein. Da vorne, was ist das? Ein NPC oder ein Spieler? NPC. NPC beim Auto. Links da, ne? Mit Raketenwerfer. Ja. Ja. Ja, man weiß wie viele hier sind. Du müsst Feuer eröffnen. Müssen wir. Ja, hier bei dem Haus haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Nicht so viel Moni. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich habe ja noch die SD. Oh. Jetzt ist aber hinter dem... Ah, jetzt kommt er davor. Aber er glitscht so schön. Da liegt doch einer neben dem Ding auch noch, oder? Ja, die haben alle ihre Rollerskates wieder an, ja? Wieso soll ich die treffen? Das ist unmöglich. Ich könnte mit dem Auto drüber fahren einfach. Ja, wenn die dich nicht rausschießen. Ja klar, die können mich hundertprozentig treffen. Ich sehe aber nicht. Ich renne mal von der anderen. Könntest du sterben? Bitte? Du lenkst sie ab. Ich hole den Schatz. Okay, ich fahre mit dem Auto jetzt hin. Oh, da lag, glaube ich, einer bei dem... Bei dem Steingedöns-Dings. Ich schnapp mir den links da jetzt. Oh, mit Karacho. Oh, oh. Oh, yeah. Zigzag, Baby. Ich hole ihn mir. Das sind zwei. Einer. Oh mein Gott. Er steht immer drin im Auto. Er stirbt nicht. Ich habe ihn überfahren. Er stirbt nicht. Doch, jetzt kippt er um. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich bin auf der anderen. Drin ist nix. Wo ist er denn? Der liegt noch immer bei dem Steingedöns- Oh, der liegt zwei, oder? Ja, auf meiner Seite so... Ach, hier, 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 hier. Komm schon, komm schon. Da vor uns steht doch einer. Was ist mit dem? Ist der tot? Steig doch aus! Oh, shit! No! Was ist mit dem hier? Der sollte jetzt tot sein. Ja, das sieht so aus. Oder liegt drei bei denen. Ich muss mich jetzt verbinden. Ganz dringend. Was machen die da? Schmeißer ne Granate hin. Ich sehe die von hier. Pass auf, wir werden getroffen. Von woanders. Wow. Das sind, glaube ich, Spieler. Von, ähm, Süden. Da ist ein Heli über uns. Oh, shit. Was? Ich komme zu dir gerobbt. Drinnen sieht es besser aus. Ich kann hier nicht rein, Robben! Ist hier irgendwas drinnen? Oh mein Gott, ein BMW. Tactical West, gib mir die. Sollten wir nicht versuchen, die Leute zu töten. HA-Rounds. Ja, sollten wir. Ich suche mir gerade hier Munition. Der Heli ist bestimmt nicht von den NPCs. Nope. Oh, ein, ein Rebreezer. Wo ist der hin? Ist er weg? Mama mia. Könnte ich jetzt mal... So, ich habe jetzt den Rebreezer genommen. Und ich habe den... Wow, ich habe jetzt alles... Dupliziert. Hier ist noch eine Kadiva drinnen. Aber keine Munition, glaube ich. Oder habe ich die weggenommen? Sind die drei Typen jetzt eigentlich tot gewesen, die da lagen? Ich glaube nicht, sonst würde es stehen... Sobald die NPCs tot sind, ist ja, dass die Mischen... Oder dass wir das Ketchup haben. Würde dastehen. Dann müssen wir wohl noch was tun. Wir müssen die... Oder was zu essen. Ich nehme mir erstmal einen Snack hier, okay? Ja, na, da hast du Zeit. Ich sag mal. Auf leeren Magen lässt es sich so schlecht töten. Bist du das? Ja, ich schieße auf einen NPC. Okay. Wow! Oh. Da liegt noch einer. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Ich gehe mal von hinten ran. Wer are you? Ach da. Okay, der hat einen Kompass. Und ein Rangemaster Belt. Boonie Head nehme ich natürlich. Ey, mein Rebrizzer ist weg. Toll. Ey, ich will nicht die Smoke Grenade. Haben wir schon die Meldung bekommen, dass wir die... Ne, haben wir nicht, ne? Ne, komischerweise. Wo liegen die denn noch? Na, wo ich bin. Ist der denn nicht über... Ne, ich meine die Lebendigen. Okay, der hat einen Raketenwerfer. Das ist super. Da hinten liegt welcher, aber es war noch keine... Das ist wahrscheinlich nur zeitverzögert, das alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Assault Pack. Wird voll ausgerüstet. Oh, hier ist sogar eine Missile drin. In dem Assault Pack. Könnte ich doch die... Oh Gott, 10.000 Rebrizzer. Die könnten alle verkaufen. Oh mein Gott, ich habe einen Raketenwerfer mit einem Schuss. Huja. Und einen Rucksack. Wir sollten vielleicht alles ins Auto tun und zur nächsten Dings fahren, ne? Ja, ja. Sollten wir machen. Ich nehme aber gleich das Quad-Ding, weil das in 10.000 Rebrizzer drin ist. Die habe ich aus Versehen subiziert. Ja, der Bug ist noch immer da anscheinend. Wo soll ich den Raketenwerfer am besten auch mit reintun, oder? Ich weiß nicht, ob der hier reingeht. Noch? Keine Ahnung. Müsst du uns vielleicht entscheiden, welches Auto... Ich nehme vielleicht einen so einen Jeep hier noch. Dann müssten wir wieder nach oben fahren, oder? Ja. Das ist der nächste Gangstor. Ja, ne, dann nimm du das Quad und nimm ich den anderen Spieler, äh, den Jeep hier. Fertig aus. Ich muss noch kurz was abladen und dann... Fahren wir da oben zum Ding, oder? Ja, das ist das nächste. Mhm. Ich fahre schon mal voraus. Wow! Wow, ich habe geschossen. Draußen ist einer! Ah! Tötte ihn! Wo, wo? Vor dem... Warte, 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 warte. Das killed by man, juppi. Da stand einer, da kniet einer. Vielleicht ist es bei meiner Leiche oder beim Quad. Er ist tot. Ach, sehr gut. Puh, er war nicht gerade am Looten. Dieser kleine Racker! Kann er dich eigentlich... Äh, kannst du jetzt hier respawnen, oder brauchst du eine Stadt? Nein, ich brauche eine Stadt. Ach, scheiße, das ganze Loot! Ja, nimm das Quad-Ding, da ist am meisten drinnen. Das hilft nix. Ich nehme jetzt für die 200 Dollar. Jupp. Genau, die ganze Kohle-Leib von neuem. Äh... Jetzt schnell mit dem Quad zum... Ah, ne. Noch vorher in die Stadt rein. Das waren nur 200 Dollar? Oh Gott, die Leichen verschwinden. Nein! Okay, ähm... Driver... Wo wollte ich jetzt hin? Ähm, zum Gunstar. Ja, erstmal zu dieser Stadt wieder, die ist näher. Ja. Oh Gott, jetzt ist es dunkel. No! No! Kidding me! Warte, warte, Brightness... Ähm... Gamma, okay. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht zu dunkel. Wir müssen uns beim Gunshop dann eine Night Vision kaufen. Das ist nicht zu teuer. Das können wir uns dann leisten, wenn wir den ganzen Recreaver verkaufen. Ah. Der zeigt mir jetzt aber blöderweise gar nicht die Entfernung zur Stadt an. Was sollte die da drüben sein? Oha, da steht aber ein Haufen Fahrzeug auf dem Weg. Hm. Nicht drauf gehen, jetzt! Ja, ne, ich suche hier einen entspannten Weg in die Stadt. Ah. Oh, mein Bildschirm ist ganz rot. Oh, hier sind viele Steine. Langsam, okay. Ja, hier sind auch noch Friends... Ja, Enemy Players beim Gunshop. Na, super. Park den irgendwo. Oh, sorry. Versteck den. Okay. Ich habe ja diese Hütte. Oh, nee. Lieber diesen Stein dahinten. Oh, Felsen. Moment, bist du gestorben gerade? Nee. Okay. Ich habe nur 90 Meter, aber ich bin ausgestiegen, weil hier sind Enemy Players. Natürlich. Wäre echt ungünstig gerade. Ich denke mal, diesen Riesenfelsen werde ich schon wieder finden. Ich sehe auch gar nichts hier im Dunkeln. Woher sollte ich vielleicht im Busch parken? Ich höre mich nachladen. Nein. So, das ATV ist super versteckt. Und meine Energie ist very low. Oh, wenn ich was sehen würde. Und dieser Nachlade-Ding ist noch immer... Das klingt so, als wäre es direkt bei mir. Und das kann aber auch wahrscheinlich 100 Meter auch entfernt sein. Schüssel? Was? Hier ist ein... Ach, hier hüpft ein Stein von mir. Da schießt einer. Was ist das? Da schießt einer bei dir. Oh! Oh, shit. Oh, Gott. Hier ist doch etwas explodiert. Ja, ich sehe es. Oh, Gott. Das ist von mir. Ja, ich habe doch ganze Zeit gesagt, da wird übelst geschossen bei dir. Wieder weg. Die reden mit dir. Komm zu mir. Los. Ich habe... Hier hüpfte irgendwas von mir rum. Ich habe keine Ahnung, was das war. Minen? Das sah aus wie ein Stein. Minen? Nee. Ich glaube, ich habe zwei Spieler irgendwie laufen sehen. Oh, das hat so gelegt. Ich dachte, das war ein Bug, dass hier irgendwas komisches... Ich verstecke mich lieber im Busch. Ich konnte das nicht identifizieren. Vielleicht warten wir einfach, bis die Jungs fertig sind mit Shoppen. Ich kann einen sehen, ich kann einen sehen. Der ist tot. Oh, er liegt da noch. Er liegt da noch. Einen sehe ich. Der liegt da noch. Ich bin tot. Okay, ich sehe einen. Wurde irgendwie in die Luft gesprengt oder was? Keine Ahnung, was das war. Ah, scheiße. Na super, dass ich Tracers habe. Der andere wird auch von den Granaten getroffen, hier, auf den ich gerade schieße. Das ist Granaten. Wie viel hat der? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall hier weg, weil meine Waffe hat übelst Tracers. Da bringt mir die SD auch nichts. Diese grünen Lichtstrahlen. Ah, shit. Wo bin ich? Oh, ich bin ganz, ganz weit entfernt. Ich werde eh nicht spawnen können dort, weil Enemy-Player sind. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich bin gerade erst gespawnt und auf der Map. Okay. Wunderbar. Wieso treffe ich den nicht? Gibt's doch gar nicht. Hm. Theoretisch bräuchte ich mich nur einmal treffen. Braucht Tageslicht. Oh, ich bin nicht so weit entfernt gespawnt diesmal. Ich wünschte, ich hätte mehr Energie. Okay. Oh, da ist so ein Granatwerferfahrzeug, so ein futuristisches. Ach so, das war das. Ich könnte mal hingehen, hallo sagen. Genau. Am besten stehlen und mitnehmen und, ne? Oh, oh. Er schießt auf mich. Ähm. No! Ah, verdammt, ich hab's was geschafft. Ich hätte auf Nummer sicher gehen sollen, einfach einen größeren Bogen um ihn herumlaufen. Hm. Ich dachte eigentlich, wenn ich hier so schnell ranrushe und nah genug bei ihm bin, können die Granaten mich nicht treffen vielleicht. Ich dachte eigentlich, wenn ich hier so sehr. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Vielen Dank.